In diesem Video zeige ich dir, Sockenroller, die besten und günstigsten Handyverträge im November und da gibt es krasse Schnapper. Für einen preiswerten Handyvertrag muss man 2022 nicht mehr 20, 30 oder 50 Euro ausgeben. Für um die 10 Mac bekommt man schon viel geboten. Natürlich ist das dann kein Unlimited 5G-Vertrag bei der Telekom. Die vorgestellten Verträge sind alle im O2-Netz, denn nur dort findet man solche günstigen Verträge, aber ich selbst nutze das O2-Netz seit Jahren und komme gut damit aus. Im neuesten Chip.de-Netztest hat O2 übrigens eine LTE-Netzverfügbarkeit von 98% in der Stadt und 94% auf dem Land erreicht und damit deutlich zugelegt. Es ist also besser als sein Ruf. Nur 5G haben diese Verträge nicht, das braucht aber auch keine Sau und mit 5 bis 10 GB Datenvolumen sollten die meisten normalen Nutzer sehr gut hinkommen. Let's go! Beginnen wir mit einem Einsteiger-Tarif und hier habe ich für dich von sim.de einen Allnet-Flat 6 GB Tarif mit Flat Internet, Flat Telefonie und Flat SMS. Ursprünglich kostet der Tarif 11,99 Euro und jetzt kriegst du ihn rabattiert für 5,99 Euro. Also der ist um 50% reduziert und dafür kriegst du also wirklich viel geboten. Man muss dazu sagen, 6 GB an Datenvolumen, das ist die unterste Grenze, die ich mittlerweile jedem empfehle. Ich habe letzten Monat 4,5 GB Datenvolumen verbraucht, war allerdings auch nicht so viel unterwegs. Und mit 6 GB sollten wenig bis normalen Nutzer schon sehr gut hinkommen. Da kannst du also locker auf Social Media unterwegs sein, YouTube-Videos schauen und auch bei Netflix mal reingucken. Das ist also gar kein Problem. Du siehst hier übrigens auch, wenn du deine alte Rufnummer mitnehmen möchtest, ist das auch gar kein Problem. Du wählst dann einfach im Bestellformular einfach diesen Haken aus und dann wird deine alte Nummer mitgenommen. Bei dem Tarif ist es so, du hast die Wahl zwischen einer 24-Monats-Laufzeit oder du kannst monatlich kündbar wählen. Wenn du das machst, zahlst du allerdings einmalig einen Bereitstellungspreis von 19,99 Euro. Da musst du dir einfach überlegen, wie flexibel du sein möchtest. Ich habe übrigens auch einen Vertrag bei der Drillisch-Gruppe, dazu gehört auch sim.de. Und wenn du einen Vertrag hast, ist es überhaupt kein Problem, den ab- oder down zu graden. Das habe ich auch schon gemacht. Du rufst an, innerhalb von einer Minute kommst du da dran und hast es geregelt. Das ist also gar kein Problem. Ich habe halt so durch meinen 24-Monats-Vertrag 20 Euro gespart. Da kann man einmal locker von essen gehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wähle da einfach die Variante aus, die für dich am besten passt. Schauen wir jetzt nochmal in die Preisdetails des Tarifs rein. Und da sehen wir, dass der Preis sich nach zwei Jahren auf 6 Euro erhöht, also um 1 Cent. Ich denke, das ist sehr gut verkraftbar. Ansonsten gibt es hier keine weiteren versteckten Kosten. Du zahlst die ganze Zeit konstant nur 5,99 Euro, beziehungsweise ab dem 25. Monat dann 6 Euro. Und damit ist dieser Tarif der perfekte Einsteiger-Tarif für Leute, die viel Geld sparen wollen, aber trotzdem auch ein gutes Datenvolumen haben möchten. Wenn du den Tarif haben willst, solltest du dich beeilen, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Den Link zu dem und allen anderen Tarifen findest du in der Beschreibung. Jetzt geht es weiter mit einem Tarif von Handyvertrag.de und hier kriegst du auch wieder All-Net-Flatrate mit 16 GB Datenvolumen. Das heißt Flat-Internet, Flat-Telefonie und Flat-SMS. Ursprünglich kostet das Ganze 14,99 Euro. Aktuell gibt es aber hier eine Rabattaktion, du zahlst nur 10,99 Euro. Und dafür bekommst du also überproportional viel Datenvolumen geboten. Das ist also ein richtig krasser Deal. 16 GB, das sollte also für die allermeisten denke ich mal schon ausreichen. Wenn du also viel unterwegs bist und auch dann gerne Social Media konsumierst, YouTube und Netflix-Videos schaust, dann ist das hier genau der richtige Tarif für dich. Auch hier ist die Rufnummer-Mitnahme gar kein Problem. Einfach einen Haken bei der Bestellung setzen und schon wird die Nummer mitgenommen. Ebenso wie bei dem anderen Tarif hast du auch hier die Wahl zwischen einer 24-monatigen Laufzeit und monatlich kündbar. Dann zahlst du allerdings auch hier wieder einen Bereitstellungspreis von einmalig 19,99 Euro. Schauen wir jetzt nochmal in die Preisdetails und da sehen wir, dass du auch nach zwei Jahren konstant 10,99 Euro bezahlst. Es gibt also keine versteckten Kosten, die dazukommen. Der Preis bleibt immer gleich, so muss es heutzutage sein. Also das ist hier ein richtiger Hammer-Deal. Für 10,99 Euro kriegst du 16 GB AllNet Flat bei Handyvertrag.de. Der Vertrag gilt allerdings nur für kurze Zeit. Wenn du den haben willst, solltest du dich beeilen und jetzt zuschlagen. Und jetzt habe ich einen Tarif mit noch mehr Datenvolumen. Und zwar kriegst du hier bei sim.de einen LTE AllNet Flat Tarif mit 18 GB Datenvolumen. Ursprünglich kostet der Tarif 14,99 Euro. Jetzt zahlst du nur 12,99 Euro. Wenn du also sagst, du bist wirklich ein Handysuchti, du brauchst sehr viel Datenvolumen, dann schau dir mal den Tarif an. Ich denke mit 18 GB Datenvolumen sollten die allermeisten schon sehr gut hinkommen. Und hier kriegst du natürlich auch Internet Flat, Telefon Flat und SMS Flat. Auch die Rufnummer mitnahme ist hier wieder gar kein Problem. Einfach den Haken setzen und dann wird die Nummer mitgenommen. Und hier hast du ebenfalls wieder die Wahl zwischen einer 24-monatigen Laufzeit oder monatlich kündbar. Auch dann, du kennst es, zahlst du hier wieder einmalig 19,99 Euro. Aber auch wenn du den 24-Monats-Tarif hast, kannst du jederzeit ab- und downgraden. Das ist gar kein Problem. Schauen wir dann auch hier noch in die Preisdetails rein. Und hier sehen wir auch nach 24 Monaten zahlst du nur 12,99 Euro. Es gibt also auch hier keine versteckten Kosten. Du zahlst immer nur diesen einen Preis. Also, falls du wirklich viel im Internet unterwegs bist und viel Datenvolumen brauchst, dann schau dir den Tarif von sim.de an. Hier gibt es 80 GB für 12,99 Euro. Wenn du den Tarif haben willst, sei auch hier schnell, denn das Angebot gilt nur für eine kurze Zeit. Ich kann dir also nicht sagen, ob der Tarif heute Abend oder in drei Tagen noch verfügbar ist. Jetzt habe ich hier nochmal eine Übersicht von allen drei Tarifen. Wir hatten zunächst einen Einsteiger-Tarif von sim.de. Hier bekommst du 6 GB All-Net-Flat für 5,99 Euro. Das ist also für wenig bis normalen Nutzer. Dann hatten wir hier einen Tarif von Handyvertrag.de. Da bekommst du 16 GB All-Net-Flat für 10,99 Euro. Das ist also für Leute geeignet, die schon mehr im Internet unterwegs sind, gerne auf Social Media aktiv sind, posten und Dateien hochladen. Und hier hast du das absolute Maximum. Bei sim.de kriegst du 18 GB All-Net-Flat für 12,99 Euro. Wenn du also die ganze Zeit unterwegs am Handy bist, Sachen hochlädst, Serien schaust, viel auf Social Media postest, dann ist wahrscheinlich dieser Vertrag der beste für dich. Du siehst, die Verträge sind eigentlich alle gleich. Die unterscheiden sich nur im Preis und im Datenvolumen. Ansonsten ist hier wirklich alles gleich. Du hast immer die Wahl zwischen einer 24-monatigen Laufzeit oder einem Monat. E-SIM ist übrigens bei allen Tarifen auch kein Problem. Wenn ich mich jetzt zwischen einem dieser drei Tarife entscheiden müsste, würde ich die goldene Mitte, den Vertrag von Handyvertrag.de nehmen. Und zwar ganz einfach, 6 GB wäre für mich ein bisschen zu wenig mittlerweile. Ich bin ja YouTuber, ich brauche hinten raus vielleicht noch ein bisschen Puffer, weil ich mal Videos hochladen muss on the go. Und dann ist es schon ganz gut, wenn ich hier ein bisschen mehr GB Datenvolumen zur Verfügung habe. Und da wären für mich die 16 GB für 10,99 Euro ein unschlagbarer Deal. Und man muss wirklich mal sagen, für 10,99 Euro 16 GB Datenvolumen zu bekommen, ist saustark. Eigentlich bekommst du immer genauso viel Datenvolumen, wie viel du bezahlst. Also genau wie hier beim Einsteiger-Tarif, 6 GB für 6 Euro. Hier bekommst du aber mal 5 GB on top. Das zeigt also schon, wie stark dieser Tarif ist. Deswegen meine Empfehlung für dich. Der Handyvertrag.de-Tarif mit 16 GB für 10,99 Euro. Die Links zu allen Tarifen findest du in der Beschreibung. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Welchen Handyvertrag wirst du dir holen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like, um mich zu unterstützen. Abonnier gerne auch diesen Kanal, um keine Smartphone-Videos in Zukunft zu verpassen. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr wahnsinnigen Behind-the-Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Falls du noch ein passendes Smartphone suchst, kannst du dir jetzt hier links die besten Smartphones im November anschauen. Das Video ist gestern online gekommen. Schau es dir unbedingt an.